Ich versuche jetzt auch ein bisschen aktiver zu werden auf You. Alles klar, der Action, der erste! So ein Dreck, Alter, die Sau. Komm her, die Sau ist der letzte Scheiß. Ich spiele so zwei Minuten, denke mir nichts dabei. Da tanzt der eine hier vor mir herum. Ja, nämlich fahre ich bald in den Urlaub und ich muss einfach schon sagen, es ist Urlaubsstimmung angesagt. Und deswegen habe ich auch diese Sonnenbrille von meiner Mama geklaut. Ihr wisst Bescheid. Ich fahre bald in den Urlaub und ich bin gerade voll am Vorproduzieren. Ich habe so viele Videos jetzt gedreht. Ich wollte mir jetzt einfach mal die Haare färben und im Sample wird vermutlich stehen, wie werde ich zum Hurensohn? Und da habe ich mir einfach so überlegt, dass ich meine Haare färben lasse. Ihr dürft entscheiden, in welcher Farbe ich sie mir färben lassen soll. Erstmal ist es halt so, dass ich das hier entscheiden durfte. Und das werde ich erst ab... Boah, ist das geil. Wie schmeckt das? Lecker. Ich würde sagen, ihr dürft entscheiden, ab wie viele... 250 Likes werde ich meine Haare färben lassen. Was wäre dieser Channel ohne mich? Let's Shadow! Okay, Spaß, das ist so schlecht. Nein, dieser Kanal, finde ich, hat wirklich ein Niveau gewonnen. Und dieser Server macht so Spaß ohne Premium. Ich glaube es einfach nicht. Komme HD, Snogs, nochmal danke an dich für den Premium-Plus-Rang. Du dummer... Nein, Jungs, Alter, wenn wir 250 Likes knacken. Ich bin nicht likegeil. Jetzt kommen natürlich noch die Leute von der Mäuseverlosung her. Das wollte ich in einem Livestream auflösen. Generell ist es halt so, dass es nicht cool ist, wenn man sowas einfach privat auflöst, weil sowas auch gefakt werden kann. Deswegen werde ich es in einem Livestream auflösen. Entweder nach meinem Urlaub oder vor meinem Urlaub noch. Das ist halt gerade relativ kritisch, denn ich muss entweder am Freitag schon gehen oder diesen Sonntag. Ich muss dann noch gucken. Ansonsten versuche ich das auf jeden Fall früh wie möglich noch aufzulösen. Oder ich schreibe halt die Leute privat an. Je nachdem, wie ihr es wollt halt. Das kann man halt leicht faken. Und ich will nicht, dass ihr mich so sagen als Calvin Plays ansieht. Nisch was? I play Pokemon Go. Mit Calvin Plays. I play Pokemon Go.